Checking with Plumps von Mariana Satrappi ist eine wunderschöne Tragikomödie, eine sehr emotionale, liebenswürdige Geschichte von einem Mann, der beschließt, weil er seine große Liebe gefunden hat, aber der nie nachgehen konnte, sich das Leben zu nehmen. Und es wird in einer sehr melancholischen, traurigen Art seine letzten sieben Tage erzählt, aber immer mit viel Humor und mit viel Liebe wird zu seinem Abgang begleitet. Und natürlich am Schluss kommt dann noch mal ganz anders. Also ein sehr künstlich wertvoller Film. Vielen Dank.